ok wir gehen mal richtung nach hause dafür müssen auf jeden fall nach hause weil bevor die nächste stufe ist will ich mich noch mal vielleicht verbessern oder hebe ich mir die punkte auf und ich wollte gerade was denn besser wäre vielleicht ich habe auch ein noch nicht beeindruckt wir müssen hier noch ein beeindrucken die fliegen aber weg das hasse ich wenn ich mich nicht weil ich habe mich aufpassen was passieren jawohl wir haben es ist das geil oder ist das geil wir haben es geschafft die zwei drungen und wir haben die nächste bewusststufe erreicht ob das gehirn ist zu wir brauchen einen größeren kopf glückwunsch dein gehirn ist nun voll entwickelt und platz schon fast an den nähten bereite dich auf die weiterentwicklung zur stammphase vor hat wie kommen die nächste phase jawohl du hast es an die spitze der nahrungskette geschafft wenn du bereit bist in der stammphase dein glück zu versuchen klicke auf weiterentwickeln auf den weiterentwickeln button klicke hier um eine stamm zu gründen du musst noch einmal in den designer um dein aussehen für alle zeiten festzulegen es ist deine letzte gelegenheit arme zu hinzuzufügen das kann beim umgang mit werkzeugen recht hilfreich sein ja und da wir natürlich auch was sehen wollen würde ich sagen das machen wir auch erst mal oder deine aktion als kreatur haben deiner spezies eine neue fähigkeit bär beschert in der stammphase erwartet dich neue einzigartige fähigkeiten ok hier haben wir viel gesammelt alter falter ich glaube wir sind raubtier räuberische kreaturen verbringen ihr ihr leben damit nach beute zu suchen sie können eine ganze spezies spezies weitaus schneller ausrotten als tanzen oder zaubern ja aber wir haben diesen zwiespalt geschafft wir haben beides gemacht richtig coole aktion auf jeden fall was brauchen wir müssen wir natürlich überlegen position stufe 2 also ich würde schon gucken dass wir posieren auf drei kriegen oder höher posieren stufe 4 ja da haben wir zum glück haben wir so viele punkte gesammelt die können auch greifen war ja die können greifen ok elicke detain wir dann beißen fünf singen eins das natürlich schlecht singen auf zwei bei ist davon beweisen auf fünf singen eins singen eins ja gut aber das ich glaube wir wünschen glatt schon über das ok wir müssen erstmal das ding abnehmen das sieht eigentlich eigentlich sogar besser aus das ding muss ich dazu sagen so wir haben neue augen vielleicht mal ach ne nase und das sind ohren das ist wahrscheinlich eher so kosmetisch außer das scheint keinen nutzen zu haben zumindest gerade noch nicht so wollen wir hier noch mal gucken 1000 fuß geschwindigkeit 1 panzerknochen 1000 fuß fleischig ach so da müssen wir die ach so da muss ich die arme wieder nehmen die hände wieder nehmen gleich ja muskulös aus auf jeden fall so nee warte mal die 1000 panzerknochen würde ich lieber haben sieht natürlich sehr gewöhnungsbedürftig aus muss man dazu sagen so sieht schon so ein bisschen eklig aus aber ich glaube schon dass uns das nutzen bringen würde also wir haben auf jeden fall mehr gesundheit ok so jetzt müssen wir natürlich die hände wieder da rein machen die ich hatte ich hatte glaube ich die hier hat ihm natürlich nichts mit schlagen ne wir müssten doch schlagen wobei wir können beißen auf 4 ja gut dann sollten wir vielleicht doch mal gucken dass wir echt dass wir das so machen und die füße die wir gerade hatten da haben wir tanzen auf 5 also ich möchte mich ja mehr darauf auch fixieren so langsam dass man ähm dass wir mehr oder besser mit den anderen kommunizieren können weil ich finde das eigentlich immer ganz gut ja guck mal da können wir schlagen schon erhöhen und schlagen da noch mal erhöhen ach von daher da haben wir eigentlich genügend so schlagen 4 3 4 ok ach diese arme ne diese arme die sehen einfach so scheiße aus die müssen wir hier oben so ein bisschen hinter machen und so ein bisschen in diesem nicht vorhandenen körper machen ähm dann kommen die beine einfach mal auf ähm so ja das sieht schon ein bisschen besser aus muss man dazu sagen vielleicht sollten wir doch ich weiß nicht ob ich den jetzt hier noch so ein schwanz gebe einfach so machen wir es hier so ein bisschen dünner oder ob wir das weglassen entwickelt sich eigentlich gar nicht zum zum menschen und dann immer eher wer so zu keine ahnung was da ist ja auch eigentlich egal das ist ja ein spiel da können wir ja selber entscheiden wie die evolution stattfindet das ist natürlich auch das schöne daran so die nehmen wir auf jeden fall auch noch könnten aber so als oder machen wir es hier so was kommt hier dran dann können wir es ein bisschen nach vorne drehen also er kann zwar greifen er hat aber noch so wie so sicheln dann kann man so glaube ich mal so sagen womit zuschlagen kann finde ich eigentlich ganz cool bezaubern auf drei ja das brauchen wir würde ich sagen und das sieht aus wie so ein so ein Nuckel das ist nochmal ein bisschen kleiner okay ähm so kann man das noch ein bisschen verschieben äh nö okay ist egal lassen wir spucken 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 ram ich habe hier noch ich habe hier noch keine weitere ebene okay bei den augen ist auch nur das wir sollten stark überlegen was wir wollen das haben wir genommen ja die haben wir genommen was gibt es denn hier noch müssen wir mal gucken gesundheit gesundheit bezaubern 1 gesundheit also ich würde gerne natürlich noch ein bisschen gesundheit dazu haben wollen deswegen kloppe ich da einfach noch ein bisschen was drauf also der soll natürlich richtig viele gesund richtig viel gesundheit haben und es sieht natürlich auch noch cool aus eigentlich ich hoffe natürlich auch dass es dadurch ähm wenn ich es mehrfach dran mache auch mehrfach zählt für die gesundheit wobei scheint nicht so ne ich zahls aber knochenknie wobei es wird nicht angezeigt gerade okay ich mach einfach weiter wir werden ja sehen ob es was bringt oder nicht vielleicht werden wir es auch gar nicht sehen ach ist auch eigentlich egal so nur nur so so so